So, dann nach Terraforming Mars sind wir jetzt auf Platz Nummer 7. Ein Spiel, was sogar noch jünger ist, es aber trotzdem in die Liste geschafft hat, weil es ist einfach verdammt cool. Und zwar ist die Rede von Arkham Horror, das Kartenspiel. Ja, Arkham Horror kennen sicherlich auch einige von euch. Eben eines der Spiele aus dem H.P. Lovecraft-Universum ist eben normalerweise ein großes Spiel, wo es eben darum geht, dem Mythos auf die Spur zu kommen. Eben das typische Lovecraft-Setting. Es gibt viel Horror, das ganze Spiel so in den 1920er Jahren, wo eben Monster durch Dimensionstore erscheinen. Und wir eben Ermittler spielen, die Hinweise auf das Erscheinen von diesen Monstern finden müssen, diese bekämpfen müssen und versuchen müssen, ganz einfach nicht wahnsinnig zu werden. Bei den ganzen Sachen, die sie dort erleben können und die sie dort auch sehen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Arkham Horror, das große Spiel, hatte ich auch gehabt. Ich habe es dann verkauft und habe mir dann Eldritch Horror geholt. Aber ja, trotzdem eben das bei Arkham Horror und auch bei Eldritch Horror so ein bisschen das Problem, finde ich, da passiert jetzt nicht so viel. Also man macht dort irgendwie immer so ein, zwei Aktionen. Da hat man vielleicht irgendwie eine Begegnung oder so und kann sich da ein bisschen entscheiden. Und das war es dann aber halt auch irgendwie schon. Und Arkham Horror, das Kartenspiel, komprimiert jetzt irgendwie dieses Spielerlebnis und intensiviert das Ganze auf, ja, eine viel kürzere Spielzeit auch. Denn man kann so ein Spiel durchaus in einer Dreiviertelstunde bis Stunde durchspielen. Das Ganze kommt mit einem Kampagnen-System daher. Das ist schon mal sehr cool. Ihr habt ja vorhin das gesehen bei Descent. Ich mag ganz einfach solche Kampagnen-Systeme. Und hier entwickelt man auch seinen Charakter weiter. Und klar, es ist ein Living-Kart-Game. Das heißt, wir haben eben Karten-Decks und können da eben nach und nach, da erscheinen regelmäßig so monatlich, alle zwei Monate oder so, neue Zusatz-Szenarien zum einen. Und eben halt auch neue Karten, die wir dann in unser Deck mit einbauen können. Und ja, da kommen neue Ermittler mit dazu. Hier in der Grundbox sind jetzt schon, ich glaube, fünf oder so sind jetzt mit drin. Drei Szenarien an das Stück auch mit schon enthalten, die wirklich sehr thematisch sind. Und ich habe das Spiel auch schon mittlerweile so oft solo gespielt, zu zweit. Mit dem Stefan habe ich das auch schon sehr oft gespielt mittlerweile. Und das, keine Ahnung, also es macht wirklich riesen Spaß. Man hat jetzt, man fängt einfach gerne mal auch wieder von vorne an, weil die Voraussetzungen dann irgendwie anders sind. Und es ist cool, dort mit den Handkarten, die man da auf der Hand hat, sich zu überlegen, was man damit jetzt Sinnvolles anfangen kann. Da muss man sich mit dem anderen Ermittler, der mitspielt, absprechen. Was ist jetzt die beste Tackle, da irgendwie gegen die Monster zu campen oder ganz einfach die Aufgabe zu erfüllen. Und auch vom Szenario her ist das richtig cool umgesetzt. Da sind teilweise irgendwelche Zufälle mit dabei, spannende Wendungen, auch Entscheidungen, die man treffen muss, die sich dann auch auf spätere Teile der Kampagne auswirken. Also, richtig klasse Spiel. Ist zugegebenermaßen auch mein erstes Living-Card-Game. Habe ich bisher vorher noch nie irgendwie mich herangetraut oder hat mich nicht so interessiert. Gab es ja schon diverse von, ja, mit Game of Thrones Thema, mit Herr der Ringe. Und bei Arkham Horror war ich ganz einfach schon von der Thematik her neugierig. Und ja, also definitiv spielerisch absolutes Highlight für mich. Und deswegen auch, obwohl es erst ein paar Monate alt ist, jetzt auf Platz 7 schon bei mir haben. So. Dann haben wir mal wieder ein klassisches Euro-Game. Auf den Spuren von Marco Polo. Hat den deutschen Spielepreis, genau hier 2015, gewonnen. Kam ja in dem Jahr in Nürnberg raus. Und der Name ist Programm. Also wir spielen quasi die Reise von Marco Polo nach. Und ja, müssen dabei viele unterschiedliche Waren handeln. Es gibt Gewürze. Es gibt Gold. Kamele sind auch mit dabei. Und wir müssen dort eben Aufträge erfüllen. Und eben halt auch umherreisen. Kommen dort unterschiedliche Städte, wo es unterschiedliche Boni gibt. Und ja, richtig cooles Euro-Game. Macht mir sehr viel Spaß. Hat einen sehr coolen Würfel-Einsetzmechanismus. Also quasi wir würfeln dort Würfel. Und das sind quasi unsere Arbeiter, die wir dann an den unterschiedlichen Positionen auf dem Spielplan einsetzen. Wenn wir zum Beispiel Waren bekommen wollen oder reisen wollen oder hier auch neue Aufträge erhalten wollen. Oder halt auch ganz einfach ein bisschen Geld erhalten wollen. Da machen wir das alles mit den Würfeln. Und da ist natürlich dann die Augenzahlen auch noch ein bisschen entscheidend, wie viel wir dann entsprechend davon bekommen. Wir können dann auch mehrere Würfel übereinander stapeln. Das ist, wenn eben mehrere Spieler dann an demselben Ort die Aktion durchführen möchten. Normalerweise ist es ja bei den Worker Placement Spielen so, dass wenn ein Spieler den Ort oder eben die Funktion benutzt, dann ist die für alle anderen blockiert. Und das ist hier eben nicht so. Da kann man eben seine Würfel ganz einfach noch mit oben draufsetzen. Muss aber dann eine gewisse Differenz quasi bezahlen dafür, dass man das so macht. Es sei denn, man hat einen von den vielen Charakteren, die eben zu Spielbeginn ausgeteilt werden. Denn die haben alle teilweise sehr unterschiedliche Spezialfunktionen, wo das Spiel sich wirklich nochmal bei jedem Charakter gänzlich anders spielt. Man muss eben, und das ist halt dann auch die Herausforderung dabei, dass die Funktion des Charakters an sein Spielverhalten in dieser Partie anpassen. Und das finde ich wirklich cool, dass das das so ein bisschen vorgibt, wie man in dieser Runde spielen soll. Entweder kann man sich eben das raussuchen oder man bekommt das zufällig zugeteilt. Und das finde ich wirklich sehr spannend. Außerdem wirklich thematisch auch recht gut umgesetzt, das mit dieser Reise dort oben und mit dem Handel von den Gewürzen. Also Marco Polo, definitiv ein sehr cooles Spiel, was auch in unterschiedlichen Spieleanzahlen sehr gut funktioniert. Und da ist es ja so, dass dieses Jahr genau zu essen sollte dort eine Erweiterung dann jetzt erscheinen. Bisher gab es nur kleine Promosachen, also irgendwie neue Charaktere und sowas in der Art neue Aufträge. Und eine erste Erweiterung soll dann jetzt dieses Jahr in Essen erscheinen. So, das war Marco Polo, mein Platz 6. Dann geht es weiter mit Timestories. Timestories, mein Platz Nummer 5. Und ja, also Timestories ist, ich sag mal, für mich ein bisschen erst eine Liebe in zweiter Runde, sag ich mal, die ich dort entdeckt habe für mich. Denn meine ersten Partien, die ich Timestories gespielt habe, die habe ich zu zweit gespielt, weil, klar, man steht ja auch auf der Schachtel irgendwo drauf, dass man auch zu zweit spielen kann. Und ja, ich dachte mir, so schlecht kann es dann jetzt auch nicht sein, dass man das jetzt einfach nur zu zweit spielt. Das muss ja irgendwie auch funktionieren. Und ich fand das dann so okay. Ich fand es gut. Ja, war jetzt schon mal was anderes irgendwie, die Nervenheilanstalt, die ich da gespielt habe. Interessant, das mit den Rätseln und so weiter, das hat mir schon gut gefallen. Aber ja, irgendwie war es dann jetzt doch nicht so der Bringer. Ja, bis auf vor ganz kurzer Zeit erst, wo ich Timestories dann nochmal rausgeholt habe und zu dritt gespielt habe, ist auch noch nicht die Idealbesetzung. Ich weiß, eigentlich sollte man es zu viert spielen, aber ich habe es zu dritt gespielt nochmal, habe dann die Drachen-Prophezeiung gespielt. Und ja, das hat mich wirklich umgehauen. Also dort war ich extrem begeistert, überrascht irgendwie von dem Spiel, was da drinsteckt. Ich denke mal, ihr kennt es sicherlich. Also Timestory ist eben ein Zeitreisespiel, wo wir unterschiedliche Szenarien haben. Also in dem Grundspiel ist auch nur ein Szenario drin. Es kommt, ja, ungefähr pro Quartal soll jetzt mittlerweile der Zyklus sein. Bisher hat das nicht so ganz gepasst. Es kommt eben ein neuer Fall dazu. Und ja, wir versuchen dort als Wirte quasi, also wir schlüpfen dort in Wirte von dieser Zeit, wo uns das Szenario eben hinbringt und versuchen dort eigentlich einen Riss in der Zeit zu verhindern, dass der irgendwie entsteht. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, die das unter Umständen hervorrufen. Aber das Spannende dabei ist ganz einfach, dass jeder Fall wirklich dort sich komplett anders spielt. Also die, die ich bis jetzt gespielt habe, sind vom Gefühl her komplett anders. Und das ist halt wirklich eine Riesenstärke von dem Spiel, dass einfach mit Timestories kommt, da jetzt mit dieser Schachtel kommt ein Grundbaukasten daher und mit jedem Szenario, je nachdem, wie das dann genutzt wird, können da ganz unterschiedliche Erfahrungen rauskommen. Und eben in dieser Runde zu dritt mit der Drachenprophezeiung, das fand ich richtig klasse. Und das hat mir ganz einfach mal gezeigt, dass das Spiel eben, wenn es in der richtigen Runde gespielt wird, auch richtig geil ist, ganz einfach. Und dort sein volles Potenzial entfaltet und ist vielleicht eben ein bisschen problematisch, dass man dafür die richtige Spieleranzahl und die richtige Runde braucht. Aber dann ist es halt wirklich der Burner und was man dort eben alles entdecken kann, das Artwork allein ist schon immer klasse. Jeder Fall hat ein anderes Artwork. Es gibt unterschiedliche Rätsel dort mit zu erfüllen, also in der Nervenheilanstalt, das ist ein bisschen rätsellastiger. Die Drachenprophezeiung, die ist mehr so rollenspiellastiger. Dort kann man sich eben halt mit unterschiedlichen Gegenständen ausrüsten, mit Zaubersprüchen ausrüsten. Wir spielen dort, jeder schlüpft dort in die Rolle von so einem Held. Und ja, also Time Story ist auf jeden Fall meine neuste, meine frischeste Entdeckung überhaupt erst, obwohl das Spiel eigentlich ja 2015 ist es glaube ich schon erschienen zur Messe. Ja, ich glaube irgendwie so in dem Dreh rum. Ja, also was soll ich weiter sagen, Time Story ist ein klasse Spiel, gefällt mir sehr gut, freue ich mich auf jeden Fall schon auf die weiteren Namen, die da noch kommen. Oh, der Stapel hier drüben, der wird langsam voller, aber wir haben auch nur noch vier Spiele, wobei der Platz 4 ist eine Riesenschachtel. Oh Gott, da kann ich gar nicht richtig greifen. Ja, Imperial Assault, ihr habt ja vorhin gesehen, ich hatte Descent auf meiner Liste gehabt und der Schritt von Descent, wenn man Star Wars Fan ist, zu Imperial Assault, der ist eigentlich nicht weit. Denn das führt quasi so ein bisschen das System von Descent nochmal fort, ändert an einigen Stellen ein paar Sachen zum Guten teilweise, zum Schlechten teilweise, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das Ganze halt im Star Wars Setting, im Star Wars Universum. Und das ist natürlich richtig cool für jeden Star Wars Fan. Ja, und das Coole ist da ganz einfach, wenn man sich dann dort mit Chewbacca durch irgendein Traumschiff gegen Sturm-Truppler da durchkämpfen muss oder auch so einen fetten AT-ST dort spielen kann, wenn man natürlich auf der Imperium-Seite spielt. Also Wahnsinn, ganz einfach das Spiel. Das kommt mit einer sehr, sehr guten Kampagne daher, die ist extrem abwechslungsreich. Also da haben sie im Vergleich zu Descent nochmal eine Schippe draufgelegt von den Überraschungsmomenten, die es da gibt, von unvorhergesehenen Ereignissen. Und ja, also definitiv richtig cool von der Story her. Von den Miniaturen auf jeden Fall auch, wenn ich daran denke, hier diese AT-ST, wenn man dann, also ihr merkt vielleicht ein bisschen, ich habe bisher immer das Imperium gespielt in der Kampagne. Wenn man dann mit dem AT-ST dort dann aufläuft und da die kleinen Rebellen da so richtig platt machen kann. Das macht definitiv richtig Laune. Und eine Änderung, die mir persönlich sehr gut gefällt im Vergleich zu Descent ist ganz einfach die, dass hier die quasi Spieler pro Gruppe nur dran sind. Also es wechselt quasi immer nach und nach durch. Es ist eben so, es ist ein Rebellen-Spieler dran, der macht seine Aktion. Danach ist ein Imperium-Spieler dran und aktiviert eine Gruppe. Das können eben halt mehrere oder eben auch nur eine Figur sein, aber eben halt nur eine Gruppe. Dann ist wieder Rebellen-Spieler dran, wieder Imperium eine Gruppe und so weiter und so fort. Das heißt, es entsteht nicht so eine große Downtime, wie das bei Descent teilweise der Fall ist. Also da habe ich wirklich schon Partien gehabt, wo besonders die Helden teilweise 20 Minuten erstmal diskutiert haben und überlegt haben, bis da irgendwie was passiert ist. Da kann man erstmal gleich irgendwie ein Nickerchen einlegen oder so. Genauso auf der anderen Seite für die Helden ist es bei Descent teilweise auch schwierig, wenn der Overlord ganz viele Figuren irgendwie hat und der arbeitet ja dann quasi alle in seinem Zug nacheinander ab. Und da natürlich erstmal überlegen muss, welche in welcher Reihenfolge jetzt und was machen wir mit den Aktionen. Und ja, da kann es teilweise auch schon lange dauern, bis da irgendwie für die Helden was passiert. Und das, was passiert ist, dann weißt du eben, dass er dann nur Verteidigungswürfel werfen müssen. Also das ist wirklich definitiv ein Punkt, der mir in Imperial Assault viel besser gefällt. Neben der Story, neben den ganzen Szenarien, die mir hier auch besser gefallen. Ein Wermutstropfen hat das Ganze und zwar der ist auf der Seite von dem Overlord, sprich eben hier in Imperial Assault von dem Imperiumsspieler. Es fehlen die Karten, mit denen man irgendwie diese spannenden Aktionen machen kann, mit denen man einfach mal irgendwo eine Falle entstehen lassen kann. Wenn der Held irgendwie dort läuft und dann sagt, ja stopp, nee, da wo du jetzt gerade hingelaufen bist, dort entsteht jetzt eine Falle und du musst erstmal würfeln, ob du dort reinfällst und wie viel Schaden du dort nimmst. Das war als Overlord wirklich richtig cool, da konnte man so die Helden schön immer ärgern mit und hat das Ganze auch ein bisschen spannend gemacht. Gut, die Imperial Assault versucht das Ganze ein bisschen noch zu kompensieren, indem sie eben die Szenarien abwechslungsreicher und spannender gestalten. Aber trotzdem würde ich mir das gerne wünschen, dass ich das selber in der Hand habe, dass ich da irgendwie was spielen kann. Oder unvergessen bei Descent, die, ich glaube, dunkle Bespürung oder irgendwie sowas ist das, wo man die Kontrolle über einen Heldenspieler übernehmen kann. Und ja, also das ist natürlich richtig cool gewesen und sowas fehlt mir halt ja leider, dass man einfach so ein paar Aktionskarten hatte, die man einfach mal so spielen kann. Ja, aber ansonsten Imperial Assault, ein richtig geiles Ami-Trash-Spiel mit Würfeln, so wie es sein muss. Ich habe da schon so viele spannende Momente in diesem Spiel, in dieser Kampagne gehabt, wo man wirklich vor Spannung nicht mehr sitzen konnte und aufstehen musste, wenn es um diesen entscheidenden Wurf geht, den man da jetzt ja dann zustande bringen muss. Und damit steht und fällt dann alles und ganz einfach die Riesenfreude da ist, wenn man es geschafft hat. Aber ich musste mir natürlich dann auch schon, ja, schon ein bisschen was verkneifen, wo es dann auch mal schieb gelaufen ist. Aber das macht ganz einfach halt diese Art von Spielen aus und Imperial Assault ist da wirklich ganz, ganz oben mit dabei. Deswegen auch mein Platz 4. Ja, so, der Turm hält noch. Dann sind wir jetzt endlich in der Top 3 angelangt. Auch eine große Schachtel, nicht ganz so groß. Die Rede ist von Terra Mystica. Ja, Terra hat man ja heute schon mal im Namen ein bisschen mit drin gehabt. Hier geht es so in die ähnliche Richtung, nur dass wir hier nicht den Mars Terra formen, sondern, ja, einfach ganz normale, eine ganz normale Landschaft Terra formen und das eben halt zu Wald, zu Sumpf oder auch zur Wüste. Und falls ihr das wirklich noch nicht kennt, ganz kurz, es ist eben halt auch ein sehr strategisches, komplexes Spiel, wo wir eben, wie eben schon erklärt, dort Landschaft Terra formen müssen. Denn jeder von uns schlüpft in die Rolle von einem Volk, was eben genau eine Landschaftsart als Voraussetzung hat, damit sie sich dort entfalten kann, damit man dort mit dieser siedeln kann. Und das Coole dabei ist ganz einfach, dass sich jedes Volk dort wirklich extrem unterschiedlich spielt. Also das ist nicht wie bei Marco Polo, wo eben man nur einen Charakter irgendwie am Anfang mitzieht und dann man, ja, schon auch mit ein bisschen vorgegeben bekommt, wie man die Partie spielen soll. Das ist hier nochmal, ja, verschärfter. Denn die Völker spielen sich teilweise extrem unterschiedlich. Die haben Spezialfunktionen, die die Spielregeln so dermaßen ändern. Das ist schon wirklich krass. Und das macht aber halt ganz einfach einen riesengroßen Reiz aus, diese ganzen Völker auszuprobieren. Denn man hat dort wirklich das Gefühl, man spielt dort ein Volk, was man noch nie vorher gespielt hat. Und, ja, man macht es mit Sicherheit nicht wirklich gut am Anfang und weiß dann aber sofort, was man falsch gemacht hat. Man denkt über seine Partie nach. Ah, Mist, das hätte ich eigentlich viel mehr so machen müssen, auch im Laufe des Spiels schon. Ah, ich hätte von Anfang an vielleicht mehr irgendwie so und so machen müssen. Und man will sofort nochmal spielen, weil man will es jetzt besser machen. Und dann spielen wir es nochmal mit dem Volk und entdeckt dann doch wieder was. Ah, wenn ich das noch so mache und in der Phase vielleicht da mehr draufgehe, dann wird das noch besser eigentlich. Sollte noch besser funktionieren. Und dann will man das eigentlich nochmal spielen. Und so ganz einfach entdeckt man dort immer mehr die Eigenschaften zu schätzen von dem Volk, wie man damit auch umzugehen hat. Und es gibt ja 14 Völker hier drin. Also man hat dort wirklich eine riesen Bandbreite, die man dort kennenlernen kann. Mittlerweile gibt es seit einiger Zeit ja schon auch die Feuer- und Eis-Erweiterung, wo glaube ich nochmal so 6, ich glaube 6 oder 8 Völker irgendwie noch mit dabei waren. Und da ist nochmal eine Menge mehr an Spielspaß mit drin. Also Terra Mystica definitiv ein absolutes Highlight, absolutes Strategie-Highlight. Definitiv auch ein Kopfzerbrecher, also ich bin ja schon eher der grübellastigere Typ. Da gibt es schon einige Phasen in dem Spiel, wo ich dort sehr lange grübeln muss. Dann kommt das auch eben noch mit diesen Machtschalen dazu, wo man, wenn man da gewisse Sachen angesammelt hat, dann auch noch unterschiedliche Aktionen machen kann. Und dann kann man auch noch in so einer Kult-Leiste mit investieren. Und man hat ja auch noch jede Runde so ein Bonus-Plättchen, was man sich nimmt. Und, 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 und. Also es gibt dort so viele Sachen, die man damit beachten muss, die das Ganze eben schon ein bisschen grübellastig machen. Aber das macht ganz einfach halt auch Spaß, weil das ist eine riesengeile Herausforderung, in der man dort richtig aufgehen kann, in dem Grübeln und Nachdenken. Und ja, es kommt ja jetzt dieses Jahr Terra Mystica in Space raus. Das war so lange Zeit der Arbeitstitel. Project Alpha ist, glaube ich, der richtige Titel jetzt, glaube ich zumindest, hatte ich vor einiger Zeit schon in den News gehabt. Und ja, bei dem ist es so, dass das Ganze eben in den Weltraum geht, klar. Wir haben auch wieder die unterschiedlichen Völker da. Und es gibt noch ein paar andere Kniffe da dabei. Diese Kulturleiste zum Beispiel, die hier recht rudimentär ist, wo wir eben halt in den vier Bereichen, nur, wenn wir bestimmte Schritte überspringen, da dann einen kleinen Bonus bekommen. Das ist jetzt so bei dem neuen Terra Mystica, was im Weltraum spielt, da noch wesentlich aufgebaut. Also kommt da nochmal irgendwie mehr Komplexität mit dazu. Freue ich mich persönlich auch schon sehr drauf, denn Terra Mystica, absolutes Eurogame-strategisches Highlight überhaupt. Mein Platz Nummer 3. Turm wird langsam wackelig, aber wir haben ja auch noch zwei Spiele. Und auf Platz 2 ist ein Spiel, was ein ähnliches Kaliber ist. Einiges jünger kam letztes Jahr auf der Messe in Essen raus. Falls ihr meinen Kanal verfolgt, und davon gehe ich jetzt ganz einfach mal auch aus, dadurch, dass es sich um ein Abonnentenspezial handelt, wisst ihr, dass ich ein riesengroßer Great Western Trail Fan bin. In meiner Rezension dazu habe ich auch nur für ihn geschwärmt, und ich kann auch nichts anderes eigentlich weiter darüber sagen. Ganz kurz nur, wir sind quasi Viehtreiber, so ein bisschen in der Zeit vom Wilden Westen, und versuchen dort unsere Viehherde nach Kansas City zu treiben, müssen dort unterschiedliche Pfade langgehen. Auf diesen Pfaden sind dann Gebäude, die unterschiedliche Funktionen haben, und diese Ortsfunktionen dort, die benutzen wir quasi, um dann weitere Aktionen auszuführen, und verschiedene Sachen ganz einfach zu tun, wie zum Beispiel uns neue Arbeiter zu besorgen, oder uns neue Rinder zu besorgen, höherwertige Rinder, die wir dann eben nach Kansas City bringen, oder wir können auch, eine Aktion ist natürlich auch, ein neues Gebäude zu bauen, was dann wieder neue Funktionen mit ins Spiel bringt. Und so füllt sich eben nach und nach dieser Weg dann nach Kansas City mit Gebäudeplättchen, Runde für Runde. Also wir sind relativ oft eben in Kansas City und verladen dort unsere Rinder. Die müssen wir dann auch in unterschiedliche Städte dort bringen, wo wir dann auch mit unserem Zug noch hinfahren müssen, damit wir dann nicht so viele Abgaben leisten können. Mit dem Zug können wir aber auch in Bahnhöfen ranfahren, um dort Arbeiter zu platzieren und einen Bonus zu bekommen. Und auf unserem Spielertableau, was jeder vor sich hat, können wir noch verschiedene Teile während des Spiels freischalten, eben, wenn wir eben bestimmte Bereiche des Spielplans, dann besonders eben, wenn wir Städte erreichen, wo wir eben diese Rinder hinliefern, können wir hauptsächlich Aktionen von unserem Spielertableau freischalten. Und ja, dann gibt es noch einen kleinen Deckbaumechanismus da drin, eben diese Rinderherde, die wir da nach Kansas City treiben, haben wir als Deckkarten quasi auf der Hand. Und deswegen gibt es da auch nochmal ein kleines Element. Und ja, also ihr merkt schon, es gibt viele, viele, viele kleine Stellschrauben in diesem Riesensystem an Spiel, die es zu entdecken gibt. Und es gibt dort wirklich wahnsinnig viel zu entdecken, welche Kombinationen da jetzt gut sind, welche bringen Punkte, welche sind weniger gut. Und das ist halt wirklich absolut grandios umgesetzt bei Great Western Trail. Das ist eine wahre Freude, das alles zu entdecken, welche Kombinationen funktionieren gut, welche oder halt auch zu erfahren, welche funktionieren weniger gut und wo müsste ich da vielleicht irgendwie was verbessern das nächste Mal. Und teilweise auch im Laufe des Spiels, wo man noch Entscheidungen treffen muss, oh, gehe ich jetzt vielleicht noch irgendwie dorthin, weil da die Auslage gerade passt. Also grandios vom Thema her holt es mich auf jeden Fall total ab. Ich weiß, einige Leute sind vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil oder warum Great Western Trail noch vor Terraforming Mars ist. Bei vielen ist es andersrum, bei mir definitiv nicht. Great Western Trail holt mich thematisch und von diesen kleinen Mini-Spielmechanismen, die es zu entdecken gilt, die ja so wunderbar ineinander verzahnt sind auch, holt mich einfach viel mehr ab. Terraforming Mars, keine Rede, ist natürlich auch ein großartiges Spiel, deswegen ist es ja auch in meiner Top-Liste mit drin. Aber das legt ganz einfach nochmal eine Schippe drauf. Es geht auch ein bisschen in eine andere Richtung. Man kann diese beiden Spiele jetzt nicht hundertprozentig miteinander vergleichen, denn ja, Terraforming Mars ist es im Prinzip ein Engine-Building-Spiel mit Spielplan, wo noch ein paar Aktionen mit sind. Und das ist einfach eine wunderbare Sammlung von kleinen Mechanismen, die so klasse eben zusammen verzahnt sind. Ja, das ist vom Spieldesign her finde ich was anderes und spricht mich eben mehr an. Great Western Trail, mein Platz Nummer 2. So, jetzt muss man das mal hier hinlegen, bevor dann der ganze Turm zusammenfällt. So, und ja, ich möchte es ja ein bisschen spannend machen. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde Video, ich hoffe, ihr seid jetzt überhaupt noch dran. Vielleicht habt ihr auch einfach bis jetzt so vorgespult. Ich kann es verstehen, mache ich bei einigen Top-Listen natürlich auch immer gerne so. Aber mein Platz 1 ist für mich wirklich schon ein besonderes Spiel. Ist, denke ich mal, wenn man sich den Stapel jetzt hier anschaut, könnte man es erahnen. Ist aber, ja, eigentlich auch schon ein bisschen überraschend. Ja, ich möchte nicht weiter um heißen Brei rumreden, sondern einfach auf den Tisch stellen. Und zwar ist die Rede von Mage Knight. Mage Knight, ein Spiel, was wirklich so viele Sachen richtig macht in meinen Augen. Es ist ein Fantasy-Spiel, das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Pluspunkt. Es hat einen sehr, sehr markanten Deckbaumechanismus drin. Man kann dort erforschen, man kann dort eben die Karte nach und nach aufdecken. Wir kämpfen dort gegen Monster, gegen Magier, gegen richtig schwere, fiese Gegner. Und können dabei aber auch selber Entscheidungen treffen, die eben halt für unsere Moral oder beziehungsweise für unser Ansehen entscheidend sind. Wir können uns eben entscheiden, den Kloster zum Beispiel einfach mal niederzubrennen. Bekommen natürlich dafür richtig coole Sachen. Unser Ansehen sinkt aber dann dabei, was es uns wiederum erschwert, irgendwie Söldner anzuheuern dann in der nächsten Stadt. Und hier gibt es wirklich auch so viele Elemente da drin. Es gibt einen Tag- und Nachtmechanismus, wo teilweise essentielle Sachen irgendwie von dem Spielablauf anders sind. Zum Beispiel kann ich eben in der Nacht nur die verstärkten Funktionen von Zaubern benutzen. Dafür brauche ich eben das dunkle Mana, was es eben halt nur zur Nacht gibt. Die ganzen Aktionskarten, die es hier in dem Spiel gibt, die sind so zwei geteilt. Man hat dort eben eine einfache Funktion und eine starke Funktion. Die starke Funktion muss man aber immer mit Mana noch bezahlen, was man auch aus unterschiedlichen Quellen bekommen kann. Entweder man hat das angesammelt aus irgendwie vorigen Runden oder man hat das temporär irgendwie die Runde bekommen. Oder man nimmt das aus dem Würfelpool, den es diese Runde gibt, um dann die stärkere Funktion zu benutzen. Und da gibt es dann auch so viele klasse Kombinationen, wo mehrere Karten, die man dann auf der Hand hat, super ineinander greifen, das Ganze noch gepaart mit, ich komme jetzt nicht auf den Namen, mit so einer speziellen Funktion, die man jetzt pro Tag oder pro Nachtzeite hat. Da nimmt man sich immer eine von, ich glaube, acht Karten sind es, die man sich da raussuchen kann, die einen für diese komplette Tag- oder Nachtzeite eben eine besondere Aktionsmöglichkeit oder Funktionen bringen. Also da gibt es so viele Sachen, ganz einfach so viele Komponenten dort in dem Spiel. Und wenn man dann am Zug ist, das ist ganz einfach eine wahre Freude, sich da irgendwie zu überlegen, wie kann ich das jetzt schaffen, dass ich dort hingehe und da noch irgendwie den angreife oder vielleicht dort diesen Magier-Turm erobere. Und ich weiß aber nicht so richtig, was ist denn dort jetzt so für ein Magier überhaupt drin, weil wir sind gerade in der Nachtseite. Das heißt, ich sehe nicht den Gegner, der in dem Magier-Turm drin ist. Auf der Tagseite hätte ich gesehen, wenn ich neben dran gestanden hätte. Jetzt sind wir aber in der Nacht. Das heißt, ich sehe erst in dem Moment, wenn ich den angreife, was das überhaupt für ein Gegner ist und das könnte aber also richtig eklig sein, da ist immer noch so ein bisschen Spannung mit dabei und dann aber halt sich diese Herausforderung zu stellen, nachdem man das gesehen hat, wie schaffe ich das jetzt mit meinen Karten, wenn ich das mit dem kombiniere und das Mana von da noch mit dazu nehme, da die verstärkte Funktion von der Karte nehme und dann mit der Karte noch kombiniere und die dann quer spiele und da vielleicht noch diese Funktion mit benutzen kann. Also das ist einfach eine wahre Freude, sich irgendwie da rein zu begeben in diese Funktion, in diese Kartenvielfalt, in diese Entscheidungsvielfalt, die man dort hat, habe ich bisher bei noch keinem Spiel irgendwie so in dieser Form gehabt. Also das Einzige, was ich wirklich negativ sagen muss bei dem Spiel ist der Zeitanspruch und das ist auch der Grund dafür, warum es vielleicht viel zu wenig auch auf den Tisch kommt, denn auf der Schachtel steht 60 bis 240 Minuten. Also ich sag mal, die 60 Minuten, die kriege ich nicht mal mit einem einfachen Szenario, was nur zwei Tag- und zwei Nachtzeiten hat, im Solo-Modus hin. Also keine Ahnung, wie man dort auf 60 Minuten kommen kann, weiß ich nicht. 240 Minuten, gut, das sind jetzt so vier Stunden, das ist eine realistische Zeitangabe für, ich würde mal sagen, zwei Spieler in auch keinem vollen Szenario, die auch Züge spielen. Meine letzte Partie, die ich damit hatte, die war zu viert und dort haben wir ein großes Szenario gespielt, das heißt drei Tage, drei Nächte, wo wir, ich glaube, drei Städte erobern mussten und ich glaube, das hat neun Stunden oder so gedauert, aber das Geile dann wiederum ist halt auch diese neun Stunden, die fühlen sich an wie eine Stunde, weil die Zeit vergeht dort wie im Flug. Das Gute ist eben halt auch, dass man während andere Spieler an der Reihe sind, kann man sich wirklich schon sehr intensiv mit seinen Karten auseinandersetzen. Klar gibt es nochmal irgendwie so ein paar Sachen, wenn jetzt der andere Spieler in dem Zug gerade die Mana-Würfel wegnimmt, den ich da irgendwie gebraucht hatte, kann man immer noch hoffen, dass er den wieder neu würfelt am Ende seiner Runde, aber ja, also ein Spiel, was meiner Meinung nach seinesgleichen sucht, von der Intensität des Spielerlebnisses her, von dieser Variabilität des ganzen Spielaufbaus von eben diesen Deckmechanismen und der Deckbauenmechanismus, der eben halt auch noch mit dir wirklich im Fokus steht. Man verbessert dann das Deck im Laufe des Spiels mit fortgeschrittenen Aktionskarten, mit Zaubern oder sogar mit ganz starken Artefakten und Artefakte, die sind halt hier wirklich auch, ja, werden den Namen gerecht, denn das sind teilweise richtig starke Karten und wenn man die hat, also es ist wirklich eine wahre Freude, dieses Spiel zu spielen und mittlerweile sind ja dort auch schon ein paar Erweiterungen erschienen. Die verschollene Legion war ja noch die Erweiterung, die bei Pegasus-Spiel, ihr seht ihr hier, ich und die zweiten Zusatzcharaktere, die gab es ja jetzt auch schon, die sind jetzt so bei Esmo, die erschienen, Teslas Vermächtnis und Crank, das sind die beiden, da ist auch nochmal noch einiges mehr an Spielen halt drin und ja, also definitiv absolutes Highlight, was Flada Schwartel hier zustande gebracht hat, Mage Knight mein Platz Nummer 1. So, ich hoffe ihr seid jetzt so lange überhaupt dran geblieben, war ein recht umfangreiches Video von mir, aber das wollte ich euch ganz einfach eben halt auch mal zurückgeben, dass ihr vielleicht auch mal seht, welche Spiele mich so beschäftigen. Ich denke, sowas ist immer recht spannend zu sehen, was ganz einfach so die Lieblingsspiele von jemandem sind und jetzt habe ich euch sie ganz einfach mal detailliert vorgestellt und vielleicht ist irgendwie noch für euch was mit dabei gewesen, was ihr noch gar nicht auf dem Schirm hattet und seid jetzt neugierig geworden, weil ich euch das ganz einfach mit vorgestellt habe und ja, ansonsten bleibt mir nochmal abschließend zu sagen, vielen Dank auf jeden Fall, ich hoffe ihr bleibt mir weiterhin treu und ich hoffe es kommen auch noch viele Abonnenten mit dazu. Ich glaube momentan ist jetzt so der Stand bei 560 rum. Das nächste Spezial, ja mal gucken, was ich machen werde, ob ich bei 750 jetzt noch was machen werde oder bei 1000 dann erst, schauen wir mal wie es dann jetzt so vorangeht weiter und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, ihr könnt gerne auch in den Kommentaren ja, was zu den Spielen sagen, ob ihr das auch so seht, wie ich die Platzierung eben bei den Spielen verteilt habe oder ob ihr da irgendwie vielleicht noch ein anderes Spiel weiter vorne gesehen hättet, könnt ihr gerne mal runter schreiben, ansonsten eben ja, danke auch für einen Daumen nach oben und ich sage ansonsten einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.